Die Alternative für Deutschland mit Ihnen gleich auf. Ärgert Sie das? Das sind einfach Stimmungen, wie wir sie in den Umfragen im Moment gerade sehen. Und wir haben, glaube ich, alle ein Gefühl, wo sowas herkommt. Und wir müssen einfach zeigen, dass wir jetzt Probleme tatsächlich auch gelöst bekommen. Es ist ja ganz einfach, wir haben ein Gesetz in Deutschland, ein Klimaschutzgesetz, das sagt uns, bis 2045 müssen wir klimaneutral sein. Das will die große Mehrheit der Deutschen. Und wenn ein Drittel unserer Emissionen aus den Gebäuden kommt, dann geht Klimaneutralität nicht, ohne dass wir an unsere Heizung rangehen. Und das muss man den Leuten klar sagen, da hilft so ein Wischiwaschi, wie von der AfD mit Klimawandel ist, weil die Sonne scheint, hilft ja nicht weiter.